So, willkommen zurück zu Life is Strange und hier ist gerade was passiert, weswegen ich zurückspulen sollte. Das werde ich auch gleich mal tun. So. Diese Harnung wird Konsequenzen haben, okay? Okay, und ich habe eine neue Nachricht von Victoria. By the way, thanks, aber wir sind keine Freunde. Wieso habe ich das nicht erwartet? War ja klar. Okay. So, don't think I'm blind. I see everything here at Blackwell. Do you understand what I'm saying? No, and leave me alone. Eingreifen wir drauf. Okay, wir können hier anscheinend den anderen immer helfen bei irgendwelchen Dingen. Ich habe das Gefühl, alle Entscheidungen, die ich treffe, sind falsch. Okay. Ich kann nicht in zwei lugares. Dann greife ich jetzt mal ein. Entschuldigung, das ist ein Geschäft der Kampus-Kampus. Entschuldigung, du solltest nicht auf die Studierende oder sie büllen. Hey, hey, niemand büllen jemanden. Ich mache mein Job. Nein, du bist nicht. Du bist ein Teil des Problems, Missy. Ich werde diese Gespräche erinnern. Oh, Max, das war großartig. Ich denke, du ihn hat ihn für einmal. Ich muss gehen, aber danke. Das bedeutet viel. Anytime, Kate. Ich fühlte mich als ein alltäglicher Heroin, die Kate zu helfen, aber jetzt ist der Officer David Dickhead nach mir. Vielleicht sollte ich mich überwinden und mein eigenes Geschäft machen? Nö. Ich will nicht immer so zurückspulen müssen. Mensch. Jetzt habe ich ihr geholfen und gut ist. Das war mein Gott. Ich bin froh, dass ich in diese Zeit gekommen bin. Ich kann nicht so gut sehen, dass die Leute getroffen sind. Max, komm mal hier! Was ist, Max? Wie geht's dir? Hier ist dein Flash. Danke. Oh, ho, ho, ho. Keine Probleme. Check out meine neue wheels. Cool. Sehr oldschool. 1978, zu be exact. Jetzt können wir zum Drive-In. Es gibt einen in Newburgh, 60 m.h. Und dann bin ich. Du bist falsch, Warren. Aber dann bin ich. Du bist okay? Es ist ein verrückter Tag. Ich bin sicher. Ich habe Victoria gehört, eine Gesichter mit der Lüge. Ich würde Geld für eine Fotos sehen. Ich will nicht sagen, dass ich das. Ich will nicht darüber sprechen. Geh, du bist ein bisschen missensitiert heute. Ich würde nicht deine Glück, Warren. Ich bin nicht in der Lage heute. So, hast du eine Chance zu schauen, die Film-Bootie auf meiner Flash-Drive? Hm, ich war beschäftigt. No, I've been way too busy with class and life. Damn, girl, you had it like a year. Or a week. I did browse through all the titles Drama Queen. Ha, ha. Make sure you watch Cannibal Holocaust. Ähm, habe ich gesehen. Seen it. I was more disturbed by all those emo vampire movies in there. Can't a sensitive high school boy love sensitive vampires too? So you're sensitive. Ouch, that sounds awful the way you say it. Hm. Hm. No, I was impressed. You had faster pussycat kill kill. Russ Mayer was a genius of black and white. Plus babes with breasts. Who would beat your sensitive ass down? If I was lucky. Speaking of hip and fast, we should cruise out in my car to an actual movie this week. But you seem distracted. Also, ich muss sagen, ich find Autocune sau cool. Ähm. Ich erzähl ihm das mal. I need to talk to somebody. Just to get it out of my system. Dr. Warren Graham is in the house. I won't even prescribe you any meds. Tell me everything. For reals, Warren. This is between you and me. Not social media. Don't insult me. Max, go on. I had this incredibly bizarro experience in Mr. Jefferson's class today. I mean, life changing. Have you ever had a dream so real it was like a movie? Max Caulfield, right? You're one of the Jefferson's photo groupies? I'm one of his students. What the fuck ever? I know you like to take pictures. Especially when you're hiding out in the bathrooms. You best tell me what you told the principal. Now. Answer me, bitch. What are you talking about? I know you're new here. But don't even play stupid with me. I'm not new. I've lived here for years. Then you should know that Prescott's own this shithole. Then you don't have to worry about me. Worry about yourself. Do not analyze me! I pay people for that. Worry about yourself, Max Caulfield. Take a step back, Nathan Prescott. Oh, man. You're telling me what to do? Get away from her, dude! Hey! Leave him alone! Nobody tells me what to do! Not my parents. Not the principal. Or that whore in the bathroom! Or that whore in the bathroom! Oh, huh. Max? Chloe? No way. You again. Go! Go! I got this! Get in, Max! Get your punk asses out of there now! Don't even try to run! Nobody! That's me! Nobody! Okay. Plus? Man. Nathan Prescott is messed up. And dangerous. This day never ends. Oh, and thanks, Chloe. After five years, you're still Max Caulfield. Don't give me the guilty face. At least pretend you're glad to see me. I am seriously glad to see you. Oh, and thanks, Chloe. It makes perfect sense I'd see you today. Yes, it's been that kind of day. So what did that freak want with you? Was das nicht die, die erschossen wurde? Ich tue mir so, als wenn ich's nicht weiß. I felt kind of lonely. Out of my league. I would think you'd fit right in with the art school hipsters. Right. You look like the cover of hipstergirl.com. At least you're still a smartass. That's why I'm here. Please, girl. You came back for Blackwell Academy. Of course, it's one of the best photography programs in the country. And my favorite teacher, Mark Jefferson. So you came back to Arcadia for a teacher, not your best friend. Don't you think I'm happy to see you? No. You were happy to wait five years without a call or even a text. I wanted to. I was just so tripped out over leaving Arcadia. Oh, please. I'm sure your phone and laptop were frozen in time. You're merciless. You've been at Blackwell for almost a month without letting me know. Enough said. I just wanted to settle in first and not be such a shy, cliché geek. I totally would have contacted you. I bet you don't use these sad excuses on Mr. Jefferson. Don't use them on me, Max. Okay, also wir sind anscheinend umgezogen von dort. Und jetzt wegen der Schule wieder zurückgekommen in die Heimat. Broken. Oh, man. Are you cereal? Wow. Haven't heard that one in a while. Not everything changes. Except my camera has officially taken a shit. My step-douche has a boatload of tools. Maybe you can fix it in my place. I need very specific tiny tools. Nerd alert. My step-douche has a fully stocked garage. And he actually is a tiny tool. Welcome home, Max. Interessante Unterhaltung. Jetzt raffe ich das so ein bisschen, wie das hier sich alles zusammensetzt. Mal gucken, was noch super mag. Eine Bierflasche am Fenster, alles klar. Und ein wenig unaufgeräumt, würde ich sagen. Aber krummer Sitz. Die war das doch vorhin definitiv. Oh oh. Nehmen wir lieber schnell wieder weg hier. Steckdosenleiste anschalten. Cool. Wo muss ich ja Musik finden? Das ist ein Mr. Mietchen. Ja. Ja. Ich habe sie auf. Sie war mein Engel. Nachdem mein Vater stirbt und du verabschiedst, fühlte ich mich verabschiedet. Rachel saved meine Leben. Mann. Ich hatte keine Idee. Ja. Ja. Du hast noch nie gemacht. Ich war 14 Jahre alt. Wir waren beste Freunde. Also, Rachel hat meine Platz. Ich bin froh, dass sie da ist für dich. Ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh, wie anders wir waren. Sie wollte eine Star sein. Sie sieht wie ein Model. Das war ihr Plan. Unser Plan. Oh Mann, das ist echt traurig. Sie redet nur von ihrem Vater oder ihrem Stiefvater. Was mit ihrer Mutter? Was über deine Mutter? Was hat Joyce über all das gedacht? Sie kann warten, um zurückzuholen zu werden. Step Dick ist ein Grund, warum ich mich verabschieden wollte. Ich fühle die Liebe. Jetzt, wann hat Rachel eigentlich verschwunden? Sechs Monate früher. Sie hat einfach Arcadia verlassen. Without a word. Without me. Das klingt nicht so, als wäre sie verschwunden, sondern... Also, als wenn sie einfach nur weggezogen wäre. Äh, irgendwie schon... Traurig. Es tut mir auch leid, dass ich so wenig rede jetzt hier. Aber ich finde dieses Let's Play eigentlich echt super. Dieses Spiel an sich. Und zu viel reden ist da kaum drin. Aber sie vermisst Rachel. Aber sie vermisst Rachel. Ja. 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 Ich bin super. Ich will nur auf die Blase und allein für einen Moment sein. Hm. Hm. Okay, Chloe. Eine Metallkarte unter dem Bett ist ein Geheimnis. Kannst du mich ein bisschen schlafen lassen? Einmal? Die Stücke sind immer nach unten. Okay. Vier Jahre waren wir also weg und in vier Jahren ist viel passiert. Unter anderem, natürlich, sie hat sich eine neue Freundin gesucht und jetzt ist die auch weg. Der ist bei den Erkennung. Also ich tief wichtig. Stromlehrer ist enthalten. Mahnung. Oh Gott, oh Gott. Nein. Sie hat es von den anderen Seite geklappt. Naja. 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 Eine Nachricht von Kate. Thanks für deine Hilfe, Max. Kein Problem, der Typ ist ein Arsch. Okay. Oder fünf Jahre. Die sind viel zu groß. Ich brauche kleine Geräte für diese Kamera. Hm. Im Schrank mal gucken. Ein Fernseher. Was? Was? Schließen wir mal lieber schnell den Schrank. Okay, das ist krass. Was? Was ist da oben? Oh. Precision Screwdrivers. Except I can't reach them. Anschalten. Dann ruckelt das wahrscheinlich runter. Können wir die aber erstmal wieder ausschalten? Was man? Was man? Was man? Was man? Was man? Was man? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Waffenschrank? Hm. Hm. One of these guns is missing. I hope Chloe's stepdad isn't packing. Okay. Er trifft auf jeden Fall immer. Yes. Score. Alles klar. Okay. Irgendwo müssen wir ja noch Werkzeug finden. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Oh nein. Was ist das? Ich weiß, was die Falle hier ist. Oh nein. Ich weiß, was die Falle dort ist. Das ist das? Aber schnell zurückspulen. So, wir wollen noch das Werkzeug fahren. Okay, also ganz zurückspulen. Okay, also ganz zurückspulen. So, jetzt schiebe ich das erstmal drunter. Jetzt anschalten. Ja, perfekt. Jetzt schalte ich das Ding aus. Und jetzt kann ich den rausziehen und hab das Werkzeug. Krass, aber wo ist die Kamera? Gute Frage. Na gut, wie es weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.